Fehler kurz gelöscht, Motor-Kontroll-Leuchte ist aus, aber der Tuckert immer noch irgendwie auf keine Ahnung 3,5 Zylindern. Er hat jetzt 140.000 weg. Ich werde jetzt noch einmal Fehler-Code löschen. So, Fehler-Code lesen, okay. Ach ja, jetzt geht das wieder los. Also eigentlich ist das Gerät recht einfach zu bedienen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von. Ich habe mir das einfach mal so aus Jux bestellt. Okay, da oben ist auf jeden Fall was gelöscht. Da waren früher auch irgendwelche Fehler. Was das jetzt genau alles ist, kann ich euch nicht sagen. Fehler kurz löschen. Erstmal Fehler-Code lesen, sagen wir mal. Fahrzeug hat keine Fehler-Codes. Okay, das gefällt mir. Ja gut, dann werde ich jetzt mal eine Runde fahren und mal checken, was die Gurke hier so veranstaltet. Ciao, ciao. So. So.